Hi, ich bin Susann. Ich bin Matthias. Und wir sind... Bitte mit Sahne! Unser Beitrag zu Hamburg ist, die Hamburger mit außerirdischen Eissorten zu verwöhnen und zu verzöckern und immer wieder aufs Neue zu überraschen. Unsere Eisdiele macht das aus, dass wir ganz super leckeres Eis haben. Ohne Zusatzstoffe, ohne Farbstoffe, ohne künstliche Aromen. Wir machen halt alles selbst. Da gibt es zu verschiedenen Jahreszeiten natürlich verschiedene Highlights bei uns und das, glaube ich, zeigt mir das aus. An Hamburg gefällt uns ganz besonders hier im Alzertal der Sansibar Gin. Jukka und Hauke machen das auch mit so viel Leidenschaft. Die haben ihre eigene Destille mit im Gebäude und einen kleinen Verkauf dazu und das ist wirklich ein Ort, den wir gut empfehlen können. Ich gestalte Hamburg Bund und wir machen das alle zusammen.